. Ich bin hier in Zürich bei der Citykille Offenen St. Jakob, wo ich den Pilgerpfarr Michael Schaar treffe. Er bietet ganz unterschiedliche Formen von Pilger an. Zum Beispiel das After-Work-Pilger, das Generationen-Pilger oder auch das Pilger mit dem Hund, der mich ganz besonders anspricht. Grüezi, Herr Schaar. Grüezi, Frau Baumann. Schön, dass es geklappt hat. Willkommen. Ja, und willkommen. Danke. Ist sie auch willkommen? Natürlich. Bei uns sind Tier und Mensch stets willkommen. Schön. Herr Schaar, Sie sind Pilgerpfarr. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich bin 50 % meiner Arbeitszeit für Pilgerinnen und Pilger zuständig. Wir haben unterschiedliche Angebote, die das Pilgern vertiefen. Zum Beispiel Tagespilgern, Pilgerreisen. Also alles, was mit dem Thema Pilgern zu tun hat, darf ich innerhalb meines Pfarramtes umsetzen. Eine Form nennt sich After-Work-Pilger. Das stelle ich mir speziell vor, wenn man am Abend noch zwei Stunden geht. Ist es nicht ein wenig oberflächlich? Ich finde es gerade nicht. Denn das Schöne ist ja, dass Menschen sich dafür Zeit nehmen, dass die in all ihrem Alltagsstress, in all ihren Verpflichtungen, in denen sie verhaftet sind, sich wirklich Zeitinseln schaffen und dann doch mal ausprobieren, wie fühlt sich das überhaupt an mit den Pilgern. Und für viele ist das so, ein Zugang, um zu sagen, so, ich gehe mal mit euch einen ganzen Tag mit auf Tagespilgern oder vielleicht dann auch für mehrere Wochen auf eine Pilgerreise. Also eine Einsteigenart. Das würde ich so sagen. Und es ist auch gut geeignet für Menschen, die jetzt nicht mehr so mobil sind. Was ist denn der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern? Beim Pilgern kommt dann noch eine geistliche Dimension und Ausrichtung hinzu, so eine Art Haltung, die ich an den Tag lege, die mich begleitet beim Pilgern. Und ich gebe beim Pilgern einen äusseren und auch einen inneren Weg. Das ist der grosse Unterschied. Wir gehen jetzt gerade noch etwas weiter. Ganz in der Nähe von hier ist nämlich das Pilgerzentrum St. Jakob. Das ist ein Arbeitsplatz von Herrn Schaar. Und dort gehen wir jetzt alle miteinander. Komm. Komm. Herr Schaar, Sie sind nicht nur Pilgerpfarrer, sondern Pilgerbegleiter. Was ist denn Ihre Aufgabe dort? Ich begleite Gruppen auf Tagespilgeretappen hier in der Schweiz oder bei Pilgerreisen im Ausland. Und ich gestalte da tagsüber ein geistliches Rahmenprogramm. Was passiert mit den Menschen beim Pilger? Viele sagen, wenn sie vom Pilgerweg zurückkommen, es hat sich etwas in ihnen verändert. Sie haben wieder eine Leichtigkeit für sich entdeckt, die vielleicht im normalen Leben verschüttet gegangen ist. Sie erleben Zentriertheit, mehr Achtsamkeit. Viele Menschen haben einen neuen Zugang zu Gott, zur Religion, zur Kirche auf dem Weg gefunden. Und möchten das jetzt auch in ihrem Alltag leben und umsetzen und praktizieren. Wer kommt denn da hin ins Pilgerzentrum? Neulinge im Pilgern, die sich erkundigen möchten. Wie geht das eigentlich beim Pilgern? Wir haben Langzeitpilgernde, die vom Weg zurückkommen. Und viele haben eine bestimmte Klärung auf dem Weg für sich gefunden. Und jetzt geht es darum, wenn ich wieder zurück bin, diese Klärung auch in die Tat umzusetzen. Und da braucht es manchmal Begleitung. Jetzt ist Pilger auch ein Thema, das darüber geforscht wird. Man sieht, sie haben viele Bücher gesammelt und sich intensiv damit befasst. Warum gehen denn Menschen pilgern? Es gibt ganz unterschiedliche Motive. Und die Soziologie z.B. versucht, Pilgerinnen und Pilger in fünf Pilgertypen einzuordnen. Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele. Da gibt es einmal das biografische Pilgern als Auszeit. Menschen wollen austreten aus dem Hamsterrad, Burnout ist ein Thema. Oder es gibt Menschen, die eine schwere Krise, einen Schicksalsschlag erfahren haben, die krank geworden sind und die sagen so, jetzt ist die Zeit für mich, um zu pilgern, um irgendwas für mich auch zu klären. Und so machen sie sich auf den Weg. Ja, das stimmt. Ich stelle mir vor, es ist einfach krass bei einem Kanzler. Sie sind ja selber ein leidenschaftlicher Pilger. Wie sind Sie denn auf den Geschmack? Das war im Jahr 2000, da hat mich ein guter Studienkollege gefragt, Mensch, Michael, willst du nicht mit mir pilgern gehen? Das fand ich am Anfang sehr merkwürdig und befremdend. Aber dann habe ich mich darauf eingelassen und fand es grossartig, dass wir das zusammen gemacht haben. Was hat sich persönlich bei Ihnen durchs Pilgern verändert? Ich würde sagen, dass ich gelernt habe, mit bescheidenen Dingen, mit wenig Dingen im Leben unterwegs sein zu können. Und das ist ja beim Pilgern so, dass man nur, also ich nehme nur 8 kg Gepäck mit und konnte es am Anfang überhaupt nicht glauben. Und immer wieder auch im Alltag zu merken, wo kann ich mich reduzieren, was für Ballast kann ich auch wegwerfen. Und das tut mir persönlich auch sehr gut. Danke vielmal, Herr Scharter, das Gespräch und alles Gute. Grand Camino. Danke. Danke.